Die Falschschirme. Was sind eigentlich Falschschirme? Oder was sind richtige Schirme? Das kommt dann immer drauf. Was sind die Fragen? Wie stellt man sich, wenn man so was? Wenn du noch so einen Spruch bringst, dann gibt es keinen Rettungsschirm für dich. Ja, Entschuldigung. I say nothing. Ja, besser ist der. You understand me? Hehehe. Warte, Regelschirm nicht vergessen. Wir sind am Strand. Regelschirm? Okay. Hallo. Hallo. Einmal Regelschirm. Moin, Moin. Ist ja Hamburgerlein. Was? Ah, ist noch einer am Jackson, noch einer am Jackson. Am Jackson. Da ist noch einer am Jackson, am Jackson. Schönes Loch hast du da. Ja, danke. Ich muss ein bisschen heilen hier grad drin. Ja, Butzi, links ums Eck ist einer. Da will ich jetzt mal nicht Hand anlegen. Musste aufpassen. Ist ja links um die Ecke, okay. Links im Loch, ja. Ach so, ja. Warte, 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 warte. Ich hake dann auf dem Zettel am Beratungsgespräch. Ist ja voll gut. Alles klar. Hab ihn, danke dir. Wir töten im Moment, töten wir keine Deutschen, ne? Hoffe ich. Weiß nicht. Einträgen. Der ist wohl doch gefallen, doll. Ich habe einen Engländer getötet. Sehr gut. Vielleicht wieder auf meiner Position. Ja, ja. Bin ich bei dir, warte mal. Lass dich auf die Straße. Habe ich einen Headshot. Okay, warte mal. Auf der Hüfte. Warte, warte. Oh, fuck. Ja. Neben mir sind ne Menge Briten. Amis. Warte doch mal zum Tee ein. Geht nicht. Ich habe große Pläne gerade. Da läuft die ganze Truppe an mir vorbei. Schräg. Ja. Die sind direkt vor uns schon. Komponente oder so. Ich habe gerade gestaut. Genau auf meiner Seite. Genau auf meiner Seite. Ja. Zwischen Welt und Luft. Im Graben. Müsst du den. Äh. Lol. Ich snipe einen Headshot von mir. Der ist weg da hinten. Vorsicht. Vorsicht. Habt ihr ein Rally? Moin. Abend. Darf man mitspielen oder eher nicht? Ja klar. Komm mit rein. Du hast vorher einstehen. Das ging. Komm den Graben hoch. Ja. Da war einer zwischen uns. Ich glaub uns jetzt haut die Artillerie. Achtung. Achtung. Das Steuer feinstellen. Das Steuer feinstellen. Was? Ah gut. Die geht in Norden. Äh. Welchen sind eure Seiten hier? Ähm. SK. Müsstet noch sein. Ähm. SK. Das Krieg. Jo. Guter Witsch. Guter Witsch. Bitte. Pass. Sollte wieder frei sein. Ja. Der Daumen die zu treffen. Oh. Jopp. Das sah richtig gut aus. Ich hab's drauf. Guter Flug. Da liegt er. Ja. Punkt gehört uns. Sag mal. Ob du willst und nicht. Ich. Ich auch. Nicht stehen bleiben. Nicht bummeln. Rein da. Durch. Da ist er. Oh. Oh Gott. Ich bin. Ja. Es ist immer. Ich bin. Der. Das war jetzt die zweite Aufnahme. Die so krass war von dir. Das ist so. Es ist so. Da steht ne Pack irgendwo im Süden. Ähm. Nicht im Süden. Warte mal kurz. Im Westen. Im Panzer. Irgendwas muss hinten stehen. Dann schießt du uns komplett weg immer. Wenn ihr Feinde. Ne. Ne Pack. Hier steht ne Pack. Bei mir. Steht bei mir hier vorne. Ich muss da ran. Ich muss da ran. Ich mach ihn platt. Schirm kommt. Nein. Die will ich platt machen. Nein. Komm her. Hallo. Wo ist der hin? Der Spaten in der Hand. So hier. Kommt mal her hier. Sprengt mal die Pack in die Luft. Irgendjemand. Irgendjemand. Wir haben leider keinen. LKW. Warte mal. Oh Jeep. Ja. Ich hör. Ich hör. Ja. Ja. Wo ist er? Ja. LKW. MSP kommt bei mir. Check. Kann nicht schlecht. Du liegst genau in denen. Motor ist raus. Wir haben hier ein MSP bei uns unten. Er scheint ein Rally am Strand zu sein. Warte. Komm nicht zu dir. Warte mal kurz. Komm mal kurz. MSP weg. Okay. Ich wollte dich eigentlich nur unterstützen. Das ist so schnell. Deswegen. MSP zerstört. Jawoll. Na ja. Ich bin noch der Panzer. Ich seh am Strand leider nix. Aber ich hab auch sehr schlechte Sicht hier oben. Ja. Das ist ein SSMG oder? Ja. Thompson. Habt ihr den? Nee. Wir rennen irgendwo rum. Warte mal. Ah vor mir. Glaub ich hab ihn. Den Sniper kann ich leider nix machen am Strand. Zu gefährlich. Medic kommt. Oh ne. Ich bin hier gar kein Medic. Scheiße. Warte. Was bist du denn? Was bist du denn? Das ist Goofy. Was ist doch Goofy? Das war mein sechster Tod. Verschüttelt durch einen Sni. Wahrzeuge dürfen nicht über Hindernisse geflipt werden. Halt die Fresse! Ich flipp hier einfach mal. Ich dachte die Leute nicht flippen dürfen. Vor dir. Binder. Ja. Ich weiß nicht. Sorry ich hole dich. Player is dead not revival. Okay ich hole dich nicht. Der war schuld. Ich war nicht so nötig angezogen. Ja der läuft da mit dem Bajonett auf mich. Gibt es erstmal das Spiel in Ordnung? Ja. Putzi ne. Fifty Fifty ob es dich oder mich trifft würde ich sagen. Ja ja ja. Alter was liegt. Oh ja. Roboter. 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 Oh hinter dir. Nein. Was? Wie können denn da 50 Leute auf die Tür gucken? Oh nein der kommt einfach rein flaniert. Ja der war rechts drin. Ab ihn. Warte. Weil ich keine Spritze mehr. Spritze bitte. Spritze hier. Ne brauche ich meine Spritzi. Hast du das? Der ist noch hier. Ihr hört euch alle sehr sehr scheiße an. Ja du auch. Danke. Schade. Hätt ihr uns gegönnt. Wenn ihr im Norden spawnt lauft es nicht am Strand entlang ist sicher. Mhm. Ich hole einen neuen MSC macht irgendeine andere Teil auch noch etwas aus. Check. Danke. Elend. Ich bin noch auf einen Punkt rauf. Mhm. Wir kämpfen zurück. Was? Geil. Wir kämpfen zurück auf einen Punkt. Das Geräusch da vor ihm. Wir kämpfen zurück. Das ist gerade ein bisschen stressig. Ich hab kein Pflaster mehr. Warte ab dem Tisch da ist. Ja heil dich meine. Hab nix mehr. Hab nix mehr. Hab nix mehr. Ich mach jetzt den Sniper da weg. Mir ist egal was der davon hält. Pflaster. Pflaster bitte. Astra? Ja Astra. Astra Pflaster. Ein Astra Pflaster zum Aufsitzen. Einmal immer noch an dem Dach. Mit Martin? Ja verbutet. Im Haus ist er drin. Okay. Mann Jungs mach doch mal die Augen auf da hinten. Ich hab den. Ich hab den. Da hinten sind mehrere. Zwei, drei Stück. Einer im MG. Achtung. Ja. Wieso bin ich denn schon wieder alleine im Punkt? Ja ich komm mal zurück. Hab ne Runde gedreht. Braucht ein bisschen frische Luft. Sauber. Kann ich auch verstehen hier bei der Sand und Mörsehaltigen Luft. Ja. Schlecht wie die Lunge da. Feinstaub. Ist irgendwie lang gekrabbelt. Und einer war im Haus. Oh 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 oh. Jetzt kommen sie wieder. Oh na ja. Nordwest. So Richtung Süden von dir. Oh man. Wenn ich sie immer noch heiß. Ja ja. Ich weiß ne. Keine Ahnung wo. Da können wir uns jetzt Eier backen. Oh nein da ist auch einer. Oh. Ja da wo ich war. Ja genau. Ich bin der Kugelmagnet. Nehmt ihn mir weg. Müsst ihn haben. Er ist weg. Jetzt kann mich einer holen. Moin. Moin. Fünf Grad mit uns. Was sieht Tommy an? Oh ha. Oh ha. Funker. Kannst du mich holen? Wait hinter dir. Oh man. Am Strand. Im Dorf. Ja sicher. Leute pass auf. Wir oben im zweiten Stock ja. Für mir. Der Kiesing des Todes ey. Rally gefunden. Rally zerstört. Nice. Das ist wichtig. Acht Minuten. Komm. Wenn wir den Punkt nicht halten kriegen wir es hin. Äh Funker. Bei mir in dem Gebäude wo ich jetzt reingehe ist einer im zweiten Stock. Ich höre ihn rum. Was ist da hin? Ich bin nicht nur zu orientieren. Gib mir eine Suche. Ja direkt hier bei mir. Hä? Alles klar. Hinterm Schrank steckt er. Hinterm Schrank steht er. Das sind richtige Experten hier. Scheiße. Ey. Pass auf. Er ist hinten durch den Garten durch. Das sind wirklich Experten im Rumlungern ey. Ja. Also das habe ich noch nie erlebt so. Einfach nur im Dingsdaten. Ich will ja helfen aber. So schwöre ich nicht ob das ein deutscher ist. Ja ist es. Punkt sind nur noch zwei Leute. Ja. Schwieriger. Ich versuch's jetzt nur. Ja die halten die aber die ganzen Zeit schon. Ich bin schon nah dran. Ich bin schon nah dran. Ja ja. Das muss es auch irgendwie sein jetzt. Weil du bist gerade vorbei gerannt. Du bist reingerannt oder? Warst du den? Was? Ne ich habe keine Ahnung. Wenn ja einer war ist sie tot. Ich habe nichts mehr gesehen. Okay. Ich komme mit warte. Ah. Ich habe ihn. Okay der ist weg. Ja. Einer ist weg. Was ist denn da reingekommen? Ja oben habe ich gerade eben einen gekillt. Gut der ist weg. Jetzt ist keiner. Das war's. Und? Oh. 13 Kills immerhin aber 24.